Hey Freunde, wir sind hier bei der Arbeit. Wir wollten euch kurz nochmal ein kleines Update zukommen lassen. Der 911er wird repariert. Bald steht er wieder bei uns. Wir freuen uns. Wir sind noch im Gespräch mit der Youngtimer-Trophy, ob unser 911er in das Reglement dort passt. Wir würden uns wahnsinnig freuen. Ja, ich habe das Reglement durchgelesen. Da steht drin, dass die Fahrer nicht mehr als 110 Kilo wiegen dürfen. Damit dürfte ich zum Zuschauer werden. Was die anderen sehr lustig finden, ist jetzt etwas weniger. Für das Wochenende schon mal.